Nachdenkseiten Das soll ja hier eigentlich ein Puls sein. Irgendwie ist das ein Hochschrank. So, ja. Herr Dr. Hüpperfürth, meine Damen und Herren, also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, wenn Sie einverstanden sind, werden wir nicht viel mehr über meine Person sagen. Bis auf die Tatsache, dass ich heute Abend gefragt wurde, ich denke, das sollte ich dann auch sagen. Natürlich hätte ich mir das alles anders gewünscht. Allerdings, wenn es anders gekommen wäre, wäre ich nicht hier. Und ich bin im Gegensatz zu anderen, bin ich, das ist nicht dumpfe Selbstbewusstsein, ich bin zutiefst mit mir im Reinen. Ich bin nicht jemand, der nachtrauert. Don't look back in anger, würden die Amerikaner sagen. Ich denke einfach, man muss die Dinge, Sie kennen das, ich bin ein gläubiger Christ und Sie wissen aus der Bibel, eine Tür schlägt sich zu und eine andere geht auf. Also insofern ist das alles nicht so dramatisch. Wenn ich jetzt hier gleich von ablese, liegt das nicht daran, dass ich nicht in der Lage wäre, frei zu halten. Aber nachdem ich weiß, dass ich aufgenommen werde und Sie werden sicherlich mit dem Augenzwinkern feststellen, dass es vielleicht meine Erfahrung mit aufgenommenen Sachen immer etwas anders sind. Aber ich glaube, das wird kein Problem sein. Also, meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für den Empfang und die Gelegenheit, in Ihrer Gesellschaft vortragen und mitdiskutieren zu dürfen. Und wie gesagt, als die Herren hier vorne vor einigen Wochen mich kontaktierten und meinen Beitrag für den heutigen Abend, sagen wir mal, festklopften, saßen wir im kleinen Restaurant und sprachen über unsere eigenen Perspektiven und Erfahrungen zu diesen und natürlich auch anderen Themen. Dabei ist es immer wieder beruhigend, ganz ernsthaft, dass man mit seinen Gedanken und Schlussfolgerungen nicht völlig allein ist. Manchmal glaubt man das ja, man sagt, mein Gott, die Welt. Aber nein, wir waren nicht allein. Vielmehr kann ich konstatieren, dass ich in den letzten zwei Jahren nach meinem Eintritt in den sogenannten vorläufigen Ruhestand eine zweite Öffentlichkeit kennenlernen durfte, die mit Sicherheit keine Minderheit ist. Tatsächlich ist, und das ist auch gut so, die Skepsis, das Unbehagen und auch der Wunsch der Befreiung vom allgegenwärtigen Framing, der intellektuellen Bevormundung und der monokausalen Narrative so stark, dass wir alle zuversichtlich sein können, dass der ergebnisoffene Diskurs, vor allem, Sie erinnern sich, der herrschaftsfreie Diskurs nach Habermas, Herr Abgeordneter, wieder die Oberhand gewinnt. Und ganz ehrlich, das ist natürlich eine Einschätzung meinerseits, nicht diese ewig einseitig paternalistischen Erklärstücke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, des Erziehungsfernsehens, sondern der freie Meinungsaustausch an Universitäten, Schulen, in Stiftungen oder eben hier mit Ihnen. Das ist der wahre Nährstoff der Demokratie. Es ist auch zunehmend unerträglich, tagtäglich einen verordneten Meinungsbrei serviert zu bekommen, sei es nun in Talkshows, bei vielen Nachrichtenagenturen oder in deutschen Vorabendfilmen mit betont volkspädagogisch wertvollem Inhalt. Andere Meinungen auszugrenzen, Menschen zu diskreditieren oder aus Ämtern zu entfernen, wird der freien Gesellschaft nicht gerecht. Fragt sich lediglich, ob diese Freiheit von den Verantwortlichen überhaupt gewollt ist. Also umso mehr danke ich Ihnen noch für Ihre Einladung. Ich habe noch eine Sache und zwar, das ist natürlich eine Binse oder eine Kleinigkeit. Die Tatsache, dass ich diese Krawatte trage, ist heute nicht nur zu Ihren zu ehren, dass ich eine Krawatte selbstverständlich trage, wenn ich hier bin. Damit meine ich nichts Böses gegen diejenigen, die keine tragen. Aber dieses hier, das können Sie vielleicht von Entfernung nicht sehen, ist eine Krawatte, die ich seinerzeit, das sehe ich ihn gar nicht, von dem Leutnant Außer Diensten, Tschabke, geschenkt bekommen habe im Jahre des Herrn 2007. Und ich hörte, dass er heute da ist, also trage ich sie. Ich hoffe, sie passt einigermaßen dazu. Das Thema, Dr. Fipperfurt sagte es schon, lässt sich natürlich nicht wirklich in diesen gegebenen 30 Minuten abhandeln, vielleicht ein paar Minuten mehr. Zudem sind die Politikfelder, die hier angesprochen werden müssten, um ein komplett umfassendes Bild zu zeichnen, soweit so vielfältig, dass er schätzungsweise 4-Stunden-Referat die Untergrenze darstellen würde. Wenn Sie das möchten, tue ich das. Da habe ich mich entschlossen, also neben vor allem, um das Feld zu bereiten für die Diskussion, neben mehreren Lagedarstellungen aus meiner Sicht, die Perspektiven und Risiken, aber natürlich auch Chancen zu beleuchten, um im Anschluss der Diskussion als halbwegs nützlicher Teaser zu dienen. Insofern wird dies kein klassischer Fachvortrag, sondern eher ein Meinungsbeitrag meinerseits. Und um dabei keine Illusionen aufkommen zu lassen, ich habe die Weisheit nun weiß Gott nicht mit Löffeln gefressen und ich bin überzeugt, dass auch viele der hier im Saal versammelten Damen und Herrenschaften genauso in der Lage sind, hier vorne vorzutragen, mitzudiskutieren und auch zu stehen. Mein gewisser Vorteil war, das ist gerade angedeutet worden, dass in meiner militärischen Laufbahn ich überdurchschnittlich, zum Glück und zum Dank Gottes, in viele Positionen kam, in denen sich die Schnittpunkte theoretischer und praktischer Außenverteidigungs- und Sicherheitspolitik abbildeten. Zudem schrieb ich und schreibe immer noch Analysen und Kommentare für politische Thinktanks seit über 20 Jahren. Die sind angesiedelt in Singapur, in den USA und auch in Indien. Die Beschäftigung vor allem, aber auch der Austausch mit Co-Autoren dort, vor allem, das sind natürlich Generale, Admirale und höhere Beamte aus den jeweiligen Ministerien, sind ein echter Eye-Opener, den es so in Deutschland auch aus gesellschaftlichen Begründen nicht gibt. Nun aber, meine Absicht ist es, und so war es auch erbeten worden, so habe ich es verstanden, sage ich es mal so, Deutschlands Lage innerhalb der internationalen Konstellationen zu beleuchten, die Positionierung, aber auch Abgrenzung zu den Hauptakteuren, ich nenne mal USA, China, Russland, auch die EU-NATO selbstverständlich zu skizzieren und letztlich ein Antwortangebot auf die Frage zu machen, die haben Sie mir nicht gestellt, die stelle ich mir einfach selbst. Bleibt es transatlantisch? Sollte es eine eurasische Formation werden? Und wo könnte sich Deutschland darin verorten? Insofern ist dies eine Art tour de raison mit den zuweilen zwischen den Zeilen gegebenen Antworten auf die obigen Fragen. Alle, wie Sie hier sitzen, brauche ich, um irgendwo mal einzusteigen, nichts zur ökonomischen Lage unseres Landes zu erzählen. Das wissen Sie genauso gut, auch wenn ich ehrlich gesagt sei, ein unverbesserlicher Optimist bleibe, was die Gesundung dieses Landes in allen Bereichen angeht. Ehrlich müssen wir uns auch machen, wenn es um Schuldzuweisungen geht. Denn nicht ausschließlich die aktuelle Regierungskonstellation trägt die Hauptlast dieser Entwicklung, auch wenn die in vielen Bereichen ideologisch getriegene Umbaupolitik der deutschen Industrie und Wirtschaft durch Links-Grün offenbar jetzt den Rest kriegt. Das hat natürlich schon früher bekommen. Zudem müssen wir uns eingestehen und beginnen, den Mut zu haben, es laut auszusprechen. Wir schaffen das so nicht. Jetzt könnten Sie applaudieren, um das zu bestätigen. Ich liebe es, wenn ich die Massen in der Hand habe. Nein, okay. Aber dies meint eben, wie gesagt, und Sie wissen, worauf ich anspiele, natürlich nicht um die rein administrative Erfassung von Migranten und deren Unterbringung. Und das in diesem Land vieles, was nicht funktioniert oder aus politischen Erwägungen nicht gängig gemacht werden soll, mit Geld zugeschüttet wird, ist auch nichts Neues. Es geht um die Frage, wer sind wir, wer wollen wir sein, was ist der Charakter unseres Landes und seiner Gesellschaft. Und dies, warum sage ich das, und dies strahlt natürlich auch aus, auf die Verortung unseres Landes in der internationalen Gemeinschaft. Welche Rolle spielen wir? Die Europäische Union, welche in der NATO, Asien. Wie positionieren wir uns gegenüber Russland? Das vielleicht viele enttäuscht hat, nicht nur viele. Und heute als möglicherweise größte Gefahr ansehen. Das sind Fragezeichen, keine Ausrufezeichen. Angesichts der Verlagerung der Schwerpunkte in beiden westlichen Allianzen der NATO und der Europäischen Union nach Osten ist die früher mal so bezeichnete gefährliche Mittellage unseres Landes, Herr Schabke, Preußen, diese gefährliche Mittellage nun auch institutionell manifestiert und zementiert. Unser Gewicht hat nachgelassen. Wir, Deutschland, sind immer noch der größte Geldgeber in der EU und es ist auch in den meisten Ländern das Einzige, wofür man sich an Deutschland interessiert. Aber ansonsten werden neben dem weiter ungebrängst zunehmenden Zentralismus der Brüsseler Bürokratie die wichtigen Entscheidungen eben nicht in Deutschland mehr vorgedacht. Ohne meinem Fazit zum Ende meines Beitrages vorzugreifen, denke ich, dass sich Deutschland, wenn auch in der Europäischen Union bleibend, den Mut haben muss, energischer und ambitionierter nationale Interessen auch und besonders gegen Frankreich und Polen zu vertreten. Nicht die Organisation und Vertiefung der EU ist das Fundament dieser großen Idee, es ist die Gemeinschaft der Nationen oder, wie andere gesagt haben, die Vaterländer Europas. Fangen wir mal irgendwo an. Amerika, wie halten wir es mit den Vereinigten Staaten oder wie sollten wir es halten? Denn es geht ja, wie gesagt, um die Abgrenzung und wo verorten wir uns. These. Die Vereinigten Staaten sind unser großer Freund und Partner. Nein. Diese Aussage ist nur zum Teil richtig. Ganz abgesehen davon, dass es einen Rückgriff auf den Reichskanzler Bismarck nicht bedurft hätte, um zu sagen, dass Staaten nun mal keine Freunde haben, sondern ausschließlich Interessen. Auch wenn wir das in Deutschland, diesen Deutschland, besten Leben, in dem wir leben könnten, das anders sehen. Seit unserer durch die Nachkriegsordnung verordneten und im gewissen Sinne auch selbst gewählten Teilverzwergungen unseres Landes gelten die USA und das zweifelsohne zu Recht als unser großer Partner und auch Sicherheitsgarant. Die USA sind aber, und das sollten wir auch immer alle mitdenken, eine auf strategischer Ebene zu verordnende Nation. Und zwar in jeder Hinsicht. Und hierbei sind sie nicht unser Freund, nicht grundsätzlich, sondern auch Konkurrent und zuweilen auch Gegner. Und das ist, und das will ich hier betonen, überhaupt gar nicht schlimm. Erstrebenswert ist es, und das ist die Frage, die vorher gestellt wurde, unsere Interessen auch gegen unsere Partner durchsetzen zu können und dies auch zu wollen, um an dem Beispiel zu bleiben, zu sagen, was wir wollen und nicht den anderen zu fragen, was sie von uns wollen. Oft, und das kann man in unseren Medien zuweilen mitverfolgen, ist fast schon putzig, zeigt man sich überrascht oder wechselweise empört oder übergangen, wenn die große Nation, USA, scheinbar über unsere Köpfe hinweg strategische Entscheidungen trifft. Ja, selbstverständlich, was denn sonst? Strategische Player spielen auf einem anderen Spielfeld oder haben zumindest ein anderes Instrumentarium, mit dem sie durchschlagskräftiger sind, als wir es mitunter sein können. Und das betrifft natürlich selbstverständlich auch Aspekte unserer regionalen Politik. Beispiel. Wer auch immer die Pipelines in der Ostsee gesprengt haben mag, die Frage muss erlaubt sein. Cui bono. Mancherorts gilt diese Frage bereits als unbotmäßig. Ist es aber nicht. Ich weiß es auch nicht. Und mache auch keine unbewiesenen Schuldzuweisungen. Aber die Frage nach Cui bono, wer hat davon profitiert? Ich denke, diese Frage braucht in diesem erlauchten Kreise nicht wirklich beantwortet zu werden. Wer sich an die Aussage dieser berühmt-berüchtigten Pressekonferenz des US-Präsidenten mit unserem Bundeskanzler erinnern mag, weiß um die klare Haltung von beiden zu diesem Thema. Und übrigens ganz ehrlich, wäre ich ein Berater gewesen, in welcher Proxynation oder USA selbst, ich hätte auch dazu geraten. Russland vom Verkauf abschneiden? Den Konkurrenten Deutschland schwächen? Eigenes Fracking-Oil zu Höchstpreisen verkaufen? Aber natürlich. Denken Sie an die Demonstration, zweites Thema. Manchmal springt er rein, manchmal nicht. Denken Sie an die Demonstration auf dem Maidan in Kiew seiner Zeit. Wer war dort in der ersten Reihe? Servierte Brötchen? Und half mit, die Verhältnisse in der Ukraine, sagen wir mal euphemistisch, neu zu ordnen? Viktoria Nülandt. Ehemals Staatssekretärin im US-Außenministerium. Genau jene, die mal, die Damen nehmen es mir nicht übel, fuck the EU gesprochen hat. Und diese Beispiele lassen sich unbegrenzt aufzählen. So, meine Damen und Herren, macht man strategische Politik. Und um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen, Moral und Politik haben nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Und das betrifft nicht nur Energiepolitik, sondern auch Geopolitik, Wirtschaft, Militär etc. Das muss uns auch gar nicht schrecken. Und wir müssen auch gar nicht betröppelt reinschauen, wenn der große Onkel mal wieder nicht lieb zu uns war. Wir müssen endlich unsere Lehren daraus ziehen. Wir müssen unsere nationalen Interessen definieren und danach handeln. Und diese dürfen dann auch nicht nach aktueller Regierungskonstellation dauernd geändert werden, sondern müssen ein fester Faktor unserer nationalen Politik sein. Ganz einfach. Wie halten wir es mit der Volksoblik China? China ist für immer noch, für viele schlichtweg, weit weg. Auch für gebildetere Menschen. Obgleich wir nicht erst seit der Globalisierung wissen, dass alles näher herangerückt ist. Und übrigens bei dieser Gelegenheit, der heute so oft konnotierte, negativ konnotierte Begriff der Globalisierung, den gab es schon im 19. und teilweise schon im 18. Jahrhundert, als man glaubte, mit Schiff und Bahn näher heranzurücken an praktisch einen Marktplatz, der um die Ecke war. Damals war das kein Thema. Hier aber haben wir es zwar auch mit einem strategischen Spieler zu tun, aber einer, der nur scheinbar auf Samtpfoten daherkommt. Seit vielen Jahren nochmals beschleunigt unter Xi Jinping greift die Volksoblik nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch aus. Und in vielen Regionen das Feld zu bereiten und dort Fuß zu fassen. Als wir seinerzeit vom BMVG, also vom Bundesministerium der Verteidigung, aus das Auswärtige Amt gebeten hatten, wie sich denn die Bundesrepublik Deutschland zur Errichtung dieser vielen überseeischen Abstützpunkte entlang des, also von China auskommt, Indischen Ozean bis an die Ostküste Afrikas, heute sind sie ja schon viel weiter, stellte, kam die Antwort, man begrüße es, dass sich die Volksrepublik China nun auch an der Durchsetzung der internationalen Ordnung beteilige. Also wissen Sie, meine Damen und Herren, so viel Naivität muss schon System haben. Heute würde das sicherlich am bärderschen Markt niemand mehr so sagen. China ist nicht nur mit Blick auf die 2013 beginnend eingeleitete Belt and Road Initiative, die ja an die alte Seitenstraßen-Idee anknüpft, auf dem Vormarsch nach Westen. Es ist deutlich mehr, was nicht zuletzt auch durch die an dieses Projekt angekoppelten Militärkooperationen unterstrichen wird. Man schaue nur mal nach Djibouti. Wer da mal gewesen ist, hat man manchmal den Eindruck, das ist eine chinesische Stadt geworden. Das ist nur ein kleines Beispiel. Auf dem afrikanischen Kontinent spielt China mittlerweile eine bedeutende Rolle als viele der ehemaligen Kolonialmächte. Nur die USA kann da noch einigermaßen mithalten, Russland holt auf. Tatsächlich weiß ich nicht, ob die Zahlen wirklich noch up to date sind, aber China war bis vor kurzem, ist sicherlich immer noch der größte nicht-afrikanische Landowner auf dem Kontinent. Der dabei gemachte Vorwurf ist, hatten wir vorher am Tisch, dass die unterstützten Länder vor Ort immer wieder durch die scheinbar großzügigen Kredite und Hilfen in eine bessere Zukunft geführt werden, die es aber erst recht spät erkennen oder die Führungen dieser Länder, die es billigend in Kauf nehmen und in eine Schuldenfalle geraten, aus denen sie schwerlich oder kaum noch herauskommen. So sichert sich China die für ihre eigene Wirtschaft dringend benötigten Rohstoffe zu lukrativ niedrigen Preisen. Ohne, und das ist der entscheidende Faktor bei diesen Deals, dass die betroffenen Länder die hohen Standards bei Auftragsvergabe, Fairtrade, Menschenrechten, Arbeitnehmerschutz etc. erfüllen müssten. Das ist Peking, ich würde hier sagen, nicht weitgehend egal, was für Europa, die EU und auch die USA nicht der Fall ist. Denn wir knüpfen an unsere Investitionen und Unterstützungsleistungen sehr wohl nicht geringe Erwartungen in puncto Demokratie, Frauenrechte, Menschenrechte überhaupt, teilweise Security-Sector-Reforms. Und bitte verstehen Sie mich falsch, als Europäer und Demokrat ist mir das selbstverständlich auch wichtig. Aber das ist die Gefahr, von der ich eingangs zum Thema China sprach. Die Vernachlässigung solcher Forderungen, also nach diesen Menschenrechten etc. und Erwartungen machen die Angebote aus Peking für diese Länder so attraktiv. Das hier angebotene Modell einer Kooperation mit einer so großen Macht wie China, zumindest aktuell, macht China zum klaren Winner auf dem internationalen Markt. Aber so weit brauchen wir auch gar nicht zu schauen. Das vor einigen Jahren von China gekaufte KUKA-Roboterwerk durch die Media Group hier in Deutschland und erwartet die Strategie, Schlüsseltechnologien abzukaufen und letztlich nach China zu holen. Man er sich noch an die etwas kläglichen Versuche der deutschen Regierung, deutsche Firmen hereinzuholen, mir einzukaufen. Mittlerweile ist praktisch alles in China. KUKA ist von Börsenhandel genommen und das ist eines der vielen Beispiele, bei denen von der chinesischen Zentralregierung gesteuerte Firmengruppen in unsere Kernbereiche vordringen. Natürlich, meine Damen und Herren, ist das alles legal. No doubt about it. Aber auch hier zeigt sich nahezu die provinzielle Sicht unseres Systems auf das Agieren eines strategischen Players. Und ich sage es noch einmal, wie es bei den USA auch gesehen hat. Wir müssen da nicht entsetzt sein, betroffen sein, wahrnehmen und uns dagegen wehren. Und mittlerweile, und die neue Seidenstraße ist ja schon weitergegangen, endete dieselbe im größten Binnenhafen der Welt. Nicht irgendwo, in Thuisburg. Da wäre uns ausverkauft. Alle sehen es, alle machen mit. Keiner sagt was. Naja, das ist nicht ganz richtig, sagt schon was, aber keiner tut was. Wirtschaft agiert global. Unsere Wirtschaft denkt und handelt in vielen Bereichen strategisch. Der deutsche Staat bleibt hier zurück. Riesenfehler. Das muss sich ändern. Oder wir spielen selbst innerhalb der Europäischen Union eine nur noch am Rande zugelassene Rolle. Was darüber hinaus, und das wäre noch mal ein Riesenthema für sich alleine, die chinesischen Streitkräfte im südchinesischen Meer tun, aber auch Anrainer. Wie sie die Anrainerstaaten bedrängt, bedroht und ihre Ziele bezahlen, beziehungsweise die Ziele Pekings rücksichtslos durchsetzen, ist geradezu beispiellos. Die Frage, ob es sich tatsächlich bereits um die Bedrohung der westlichen Welt handelt, braucht kaum noch beantwortet zu werden. Wäre den Anfängen der Unfreiheit kein Raum und die Zurückweisung nichtgeordneter chinesischer Ansprüche in jedem Moment. Wenn uns Freiheit, Demokratie und Menschenrechte überhaupt irgendetwas bedeuten, dann ist Peking kein Partner, sondern systemischer Rivale, Handelspartner natürlich. Wie halten wir es mit Russland? Naja, bis vor einigen Jahren hätte man sagen können, man muss einander nicht lieben, aber respektieren, Handel treiben und den Ausgleich suchen. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr unterkomplex, aber holzschnittartig gesehen war es so. Mit dem Ausbruch des Krieges in der Ostukraine hat sich das geändert. Und um dies gleich zu bringen, klar zu machen, da man mich ja wegen dieser Sache nach Hause geschickt hat, der Krieg wurde, dieser Waffengang wurde von Moskau begonnen. Einfach gesagt, auch wenn ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Aber Sie wissen das nun mal, das ist einfach so, wer in dem Zuge dieser, in diesen Zeiten nach dem Schwert greift, begibt sich ins Unrecht. Und Russland ist hier unzweifelhaft mit Blick auf diesen Waffengang im Unrecht. Das kann nicht wirklich jemand ernsthaft beschreiten. Dass der Konflikt in seiner Gänze viel weitere Ursachen hat und weiter zurückliegt, die sicherlich nicht nur bei Russland zu suchen sind, ist gleichsam unstrittig. Und es gehört eine Menge Mut dazu und ich weiß das ja hier in dem Kreis auch, die in dieser aktuellen Lage wagen, dies auch zu hinterfragen. Aber wir sollten den Fokus nicht so sehr auf den Krieg lenken. Es geht hier um die strategische Lagebeurteilung. Deutschland, Russland und die Suche nach der Antwort, wie sich Deutschland großsätzlich zu Russland stellen sollte. Irgendwann wird dieser Krieg ein Ende finden. Dann ist Russland aber immer noch da. Das ist gut so. Und die Welt, vor allem vor allem die westliche, wird sich fragen müssen, wie man die Fäden wieder aufnimmt. Denn dass dies geschehen wird, ja muss, ist unabdingbar. Es gibt, Spruch ist natürlich nicht von mir, es gibt keinen Frieden ohne oder gar gegen Russland. Und ob wir das wollen oder nicht, die russischen Ressourcen haben eine große Bedeutung für die Bund zum Blick. Zu einem Zeitpunkt X wird es den Verantwortlichen, in Berlin deutlich werden, dass wir den Handel mit Russland wieder aufnehmen müssen. Und das ist auch gut so. Das bedeutet nicht, dass Russland für seinen Krieg belohnt werden darf oder dass das mit Appeasement zu tun hat. Es ist aber gesunder politischer Verstand und Aussagen mancher Politiker in diesem Land wie, man muss die Russen so schädigen, dass sie jahrelang nicht mehr auf die Beine kommen oder nie wieder darf Deutschland Rohstoffe aus Russland zu kaufen, ist schlicht nicht nur Unsinn, das ist gefährlich und dumm ist es allemal. In einem ersten emotionalen Impuls, wenn der Politik nichts zu suchen hat, kann man das vielleicht noch verstehen. Aber strategische Weitsicht sieht anders aus. Noch einmal, der Krieg selbst ist nicht zu rechtfertigen, aber wir brauchen uns dennoch gegenseitig. Rohstoffe, Menschen, Fertigprodukte, Ideen, vor allem der Braindring und vieles mehr. Aber wir brauchen als Europa auch Russland in einem zunehmenden Konflikt mit der Volksrepublik China. ganz süß, als ich das vor zwei Jahren und zweieinhalb Jahren so sagte, wurde mir das gesagt, in der sei krude Weltpolitik. Heute erzählt das jeder. Aber hey, ist es gut so. Hier leichtfertig daherzureden, eine stärkere Allianz, das müssen Sie immer genau beobachten, eine stärkere Allianz zwischen Moskau und Peking ist unvorstellbar. Das ist undenkbar. Wird nicht passieren. Ist ausgeschlossen. Das gefährdet unsere Position, weil es dummes Zeug ist. Wer sich die Reisen des russischen Präsidenten anschaut, wer die Manöver der beiden Marinen im fernen Osten analysiert und wer das gemeinsame Agieren mit nicht, weiß Gott nicht, unbedeutenden Ländern im Rahmen der BRICS aufmerksam beobachtet, muss sich sorgen, wie wir dazu beitragen, sich das größte Land der Erde mit seinen schier unerschöpflichen Quellen nicht auf alle Zeit gegen den Westen und Deutschland stellt. Das müssen wir verhindern. Wir haben nach 2001 die ausgestreckte Hand Russlands leichtfertig ausgeschlagen. Also wir der Westen. Und durch die ungebremste NATO-Osterweiterung und in Teilen ignorante Einstellungen gegenüber den berechtigten Interessen Russlands, seine Vorstellungen zu einer Sicherheitsarchitektur an seiner Westgrenze zu respektieren, haben wir dazu beigetragen, dass wir in dieser Lage heute sind. Ich sage ganz bewusst respektieren, das habe ich damals in Indien auch gesagt, dass solche Vorstellungen existieren. Die muss man sich ja nicht alle eins zu eins zu eigen machen. Haben ja auch eigene Interessen. Aber nur die eigene Sicht der Dinge gelten zu lassen und andere zu leugnen, wird uns immer wieder zum Nachteil gereichen. Auch hier ist Beschwichtigung nicht die Antwort. Wohl aber die Handreichung in einer bestimmten Zukunft, wie wir Deutschland in seiner Zeit auch erfahren haben. Ein anderer großer Player. Wie halten wir es mit der Europäischen Union? Sie ist ein Erfolgsmodell. Ja, bis zu einem gewissen Grade. Ich selbst war immer etwas unschlüssig. Kooperation von Vaterländern? Ja. Gemeinsamer Wirtschaftsraum ohne Zollschranken? Ja. Standardisierungen? Ja. Friedensraum? Ja. Aber da geht es doch schon langsam dem Ende zu. Gemeinsame Verfassung? Nein. Euro-Armee oder Europa-Armee? Das ist eine wahre Illusion. Und eine Sozialunion? Auf keinen Fall. Wer will das bezahlen? Tatsächlich muss man sich fragen, warum ein grundsätzlich so erfolgreiches Modell bei den Bürgern in Misskredit gebracht wird durch Überfrachtung mit Regeln, kultureller Nivellierung und durch Abstrafung erfolgreicher Länder durch leistungsfeindliche Ausgleichung aller Schulden. Und Deutschland als Höchstzahler und im zwanghaften Drang, der ewige Musterschüler sein zu wollen, ergibt sich den Forderungen anderer, vor allem Frankreichs und Polens, anstatt knallhart seine Interessen zu verfolgen, wie dies nahezu alle anderen Länder auch tun. Das ist auch nicht rücksichtslos. Das ist selbstverständlich. Natürlich legen wir auch mal die Bandagen an, aber insgesamt darf die Frage gestellt werden, ob wir dies im ausreichenden Maße tun. Zwischen den beiden Polen, Washington und Peking, dabei ist die zunehmende Kraft der Prix-Plus-Staaten noch gar nicht berücksichtigt, sinkt die Bedeutung der Europäischen Union. Das hat viele Gründe, sie alles so hier zu beleuchten ist völlig unmöglich. Wir müssen uns als Mitgliederbund wieder auf die Kernkompetenzen, den Uranspruch bei der Unterzeichnung der römischen Verträge konzentrieren. Nicht die Erweiterung um jeden Preis ist entscheidend. Mit Ländern insbesondere, die dem Anspruch der Europäischen Union eben nicht gerecht werden, die EU zu stärken. Das ist nämlich die Voraussetzung, um aufgenommen zu werden, sondern die Konsolidierung im Inneren, die Förderung der Demokratie und die Steigerung von Produktivität und ökonomischer Kraft muss wieder im Mittelpunkt stehen. Und nicht zuletzt die Abwehr unkontrollierter Migration, eine Waffe und die Entwicklung gemeinsamer Vorstellungen, wie Menschen aus anderen Kulturkreisen hier sehr wohl angesiedelt werden können, aber vor allem in den Prozess Europäische Union eingebunden werden können, müssen in den Blick genommen werden. Wenn wir Moral zur Hypermoral mutieren lassen und Millionen und Abermillionen von Menschen nach Europa lassen, die nicht mitmachen, sondern versorgt werden wollen, wird Europa an den inneren Widersprüchen und dem Widerstand der einheimischen Bevölkerung scheitern. Nur wenn wir Europa sichern, nach innen, nach außen und in den Köpfen hat dieses Projekt eine Langzeitchance. Noch ein paar Ausführungen zur NATO. Also ich verhehle nicht, das nehmen Sie mir auch nicht übel, ich bin im Kopf, im Kopf Atlantiker. Historische Erfahrung, die ökonomische Kraft der Allianz, die nukleare Absicherung der Bund der Demokratien und nicht zuletzt das Schutzversprechen nach Artikel 5 der NATO lassen es politisch und strategisch unklug scheiden, das mächtigste und größte Militärbündnis zu verlassen. Wie es hier zwar von mich unbedingt gefordert, aber so doch diskutiert wird. Das wäre es auch. Aber schon lange, und das muss man zugeben, ist die NATO kein reines Verteidigungsbündnis mehr. War es auch nie, vielleicht ganz in den ersten Jahren. Es ist ein Pool von Staaten, aus dem sich auch Einsätze in aller Welt, die militärischen Instrumente zusammensetzen lassen, um Macht zu projizieren und Interessen auch geopolitisch durchzusetzen. Und erneut bitte ich Sie, diejenigen unter Ihnen, die unter Power Projection, also Machtentfaltung, Machtprojektion, weltweit Militäreinsätze und Interessenswahrung so ihre Probleme haben, zu akzeptieren, dass die NATO erneut ein strategischer Player ist. Und wir als Deutschland, das müssen wir auch zugeben, profitieren auch davon, auch wenn zuweilen die Menschen in unserem Land diese Mittel ablehnen, mit der die Allianz in aller Welt auftritt. Dennoch, das ist unstrittig, bei aller Reformbedürftigkeit, die eine große Organisation nach Jahrzehnten ihres Bestehens immer aufweist, die Bundesrepublik ist durch die bewusste Westorientierung der ersten Bundesregierung unter Konrad Adenauer, viele nannten ihn ja, den rheinischen Separatisten, ganz gut damit gefahren. Und ich hoffe, das ist natürlich jetzt sehr schwarz-weiß, wir sind uns einig, dass die Alternative eines Gesamtdeutschlands innerhalb des Warschauer Paktes sicherlich eine Katastrophe gewesen wäre. Und inwieweit das Angebot Stalins zur Wiedervereinigung bei gleichzeitiger Neutralität ausreichend seriös war, darüber scheiden sich die historischen Geister. Insofern in meinem abschließenden Teil meines Beitrags die Frage muss beantwortet werden, Quo Vadis Germania oder besser Quides Optima Via, also was ist der beste Weg Deutschland? Somit die abschließende Fragestellung, transatlantisch oder eurasisch? Als ich sagte bereits im Kopf, bin ich Atlantiker. Das hat viel mit meiner Sozialisation zu tun. Ich komme aus einer Offizierfamilie, die insbesondere nach dem Krieg mit Freund und Partner USA aufgewachsen ist. Ich selbst bin als aktiver Offizier oft mit den Partnermarinen in Übungen und Einsätzen unterwegs gewesen. Der Warschauer Pakt war der Feind, die Rote Flotte, weniger DDR, war der erklärte Gegner, insbesondere die sowjetischen U-Boote, die es im Ernstfall zu jagen galt. Das ist alles Geschichte, im wahrsten Sinne Kriegsgeschichte. Also legen wir nebeneinander, was es denn zu bieten hat. Transatlantisch, die USA im Wesentlichen, als Führungsmacht. Große Demokratie, Supermacht, noch die größte Volkswirtschaft, Deutungsmacht, weltweiter Taktgeber, Atommacht durch Einsätze, Routinen und Erfahrungen, die stärkste Armee der Welt, erste Nation im stärksten Militärbündnis aller Zeiten. Aber auch, wie schon weiter oben gesagt, knallharter Durchsetzer eigener Interessen. Der Colt sitzt locker. Zusammen mit den Vereinigten Staaten, Großbritannien, uns ähnlicher als denen lieb ist. Lange Zeit Gegner, wirtschaftlich, militärisch, aber auch seit vielen Jahren zehnt mittlerweile verlässlicher Bündnispartner. Beide Nationen, mehr aber noch das Vereinigte Königreich und das ist ernst wichtig für uns zum Verständnis, warum wir auch so aufgestellt sind, wie wir über die Jahrhunderte, naja, sagen wir mal letzten anderthalb Jahrhunderte aufgestellt waren. Beide Nationen, die Angelsachsen, warnten stets davor, dass es eine tiefe Allianz Deutschlands mit Russland geben dürfe, niemals geben dürfe. Russische Ressourcen und Manpower, gepaart mit deutschem Erfindergeist und Ingenieurskunst wurde dem damaligen Gefüge Ende des 19. Jahrhunderts nur Schaden. Aber seien wir ehrlich, es hätte dem angelsächsischen Verständnis der Aufteilung der Welt und der Kontrollmacht weltpolitischer Geschick jener Zeit nachhaltig geschadet, wenn es sich nicht sogar ernsthaft hätte gefährden können. Daher war eine solche Allianz zwischen Russland und Deutschland immer zu stören. Es gibt da wunderbare Dokumente darüber, wie Außenminister und viele andere, gerade in London, aber auch in den USA. Ah, bei London war das Wesentliche, weil damals war ja noch Weltpolizist. Wirklich interessant und signifierend Ausdruck geben, wie nur niemals Russland mit Deutschland. Wer weiß, was geschehen wäre. Die vielfältigen Bindungen zwischen Deutschland und Russland wären zu beider Vorteil in ein damals, in ein dauerhaftes Bündnis gegossen worden. Aber wie Sie alle wissen, die Frage in der Geschichtswissenschaft verbietet sich, was wäre gewesen, wenn. Mit Frankreich, ganz kurz angeschnitten, als einer semi-atlantischen Macht verband uns eine stete Feindschaft, die dann im ersten Versuch mit Stresemann und Prion, dann später mit Adenauer und De Gaulle überwunden werden konnte. Ich finde immer nett, dass man das mal zitiert. Frank-Baldemar Steinmeier hatte mal berichtet, dass zwischen den beiden Ländern eine seltsame Zu- und Abneigung darin bestünde, dass Deutschland stets danach trachte, dass die Franzosen die Deutschen liebten, aber von diesen nur respektiert würden. Hingegen die Franzosen wünschten, die Deutschen würden sie respektieren, aber leider nur liebten. Aber auch trotz aller Verwerfungen und Eifersüchteleien hat man eine Auslöhnung geschafft und dies mittlerweile auch mit anderen Ländern mal mehr, mal weniger. Eurasisch. Komme ich zum letzten Aspekt, der die Frage beleuchten sollte, in welche Richtung wir gegebenenfalls gehen sollten. Denn es kann sich nur um eine Neuorientierung handeln. Die, wie gesagt, unzulässige Frage, was wäre gewesen, wenn hätte Deutschland sich entweder Anfang des 20. Jahrhunderts oder in der Zwischenkriegszeit Richtung Osten orientiert, muss unbeantwortbar bleiben. Und wiederum bekenne ich, dass mein Herz zuweilen für Russland schlägt. Nicht nur zuweilen, sehr viel eigentlich. Und da ich weiß, dass jene, die mich seinerzeit aus dem Amt haben wollten und entsprechend schrieben und schrien, auch erneut sicherlich nur einen Teil meiner Ausführungen zitieren würden, fahre ich fort, dass ich natürlich trotzdem die Ungeheuerlichkeiten der russischen Politik der letzten Jahre nicht gutheißen kann. Aber hier geht es um etwas Grundsätzliches. Mein lieber Großvater, Gotterwin Selig, der zweifellos kein Philosoph war, meinte auf eine ähnliche Frage, ist uns Russland nahe oder der Westen? Er sagte, ihm seien die dunklen Wälder und die weiten Ebenen und die tiefe Seele Russlands viel näher als die lauten Amerikaner, die frechen Franzosen oder das perfide Albion. Nun, Sie können sich alle denken, dass solche Worte und Gedanken unter dem Eindruck Zweier Weltkriege und einem weitlich anderen Curricular in den Schulen seiner Zeit zu verstehen sind, als das heute der Fall ist. Somit, auch wenn Eurasien natürlich größer ist als die russische Föderation, sehe ich hier natürlich Moskaus Reich im Blickfeld zur Beantwortung der Frage. Und trotz, ja und jetzt wird es natürlich hart für die Eurasie-Gesellschaft, trotz meiner tiefen Verbeugung vor der russischen Seele, und die ist ernst gemeint, einer unsäglich großen Geschichte, aber auch dem unsäglichen Leid, den deutsche Truppen in Russland angerichtet haben und in Kenntnis der vielfältigen Bindung, nicht nur dynastisch, zwischen unseren beiden Ländern, ist die die Idee der Freiheit des Einzelnen unter Christus und einer liberalen Verfassung, die sich daraus manifestierte, meine Wahl. Die Fernländer jenseits der russischen Grenzen, die seit vielen Jahrhunderten oder zumindest Jahrzehnten dem Kollektiv unter den jeweiligen Nomenklature den Vorzug gaben und geben und die der Autokratie den Weg geebnet haben, sind nicht meine Wahl. Eine heutige Neuorientierung, und das wäre ja die Frage, käme historisch zu spät, machte uns zu einem viel zu starken Neuserbien und würde uns unsagbar isolieren und wirtschaftlich wahrscheinlich an den Rand des Ruins bringen und uns gesamtstaatlich in erheblichem Maße schaden. Dennoch, und das ist das Entscheidende, muss eine deutsche verantwortungsvolle Politik, die sich all dessen bewusst ist, zum rechten Zeitpunkt wieder den Weg, den Russen den Weg nach Westen reichen und weisen. Wir waren nach dem Krieg die große Diplomatie macht, mit vorzüglichen Männern und Frauen, die ein Gespür für diese Politik, diese angesprochene Mittellage hatten. Das ist aus dem Blick geraten. Die Ursachen dafür sind offensichtlich. Wir waren nicht ein Land der Schaukelpolitik, sondern des Brückenschlags. Das können wir wieder sein und das werden wir auch wieder sein. Nicht in der aktuellen Konstellation. Dafür braucht es Einsicht, Weitsicht, Gespür für die anderen, Überwindung von Ressentiments, ein gerütteltes Maß an interkultureller Kompetenz und den Mut zum Respekt, dass der Gegenüber, nämlich Russland, eine eigene Sicht auf die Geschichte und das heute hat. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank.